Frau Schmidt, Evonik ist ja ein Hersteller, eine Firma für Spezialchemie mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. In welchem Bereich sind Sie tätig? Ich leite den Bereich der Öladditive. Wir stellen eine Vielfalt von Viskositätsmodifizierern her für ganz verschiedene Ölanwendungen, sowohl im industriellen Bereich als auch im Automobilbereich. Damit liefern wir Treibstoffeffizienz für unsere Kunden, liefern damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Durch die Additive, die wir liefern, sorgen wir dafür, dass Bagger mehr pro Zeiteinheit leisten können und gleichzeitig weniger Treibstoff brauchen. Somit wird unser Kunde und unser Kundeskunde wettbewerbsfähiger. Das heißt, das Thema Umwelt ist für Evonik ein großes? Es ist ein sehr großes. Wir gehören mit unserem Geschäftsbereich zum Bereich Resource Efficiency der Evonik. Nachhaltigkeit wird da groß geschrieben. Welchen Vorteil hat denn der Endverbraucher von den Produkten von Evonik? Viele von Ihnen fahren ja ein persönliches Auto und in diesem Auto sind Motorenöle und auch Getriebeöle. Wir sorgen mit unseren Additiven dafür, dass diese Motoren- und Getriebeöle effizienter sind und somit weniger Treibstoff verbraucht wird und Ihr Auto mit der gleichen Tankfüllung weiterfahren kann. Das wissen ja wirklich viele Menschen gar nicht, dass Evonik in so vielen verschiedenen Bereichen Ihres Lebens tatsächlich eine Rolle spielt, oder? Ja, das ist das Geheimnis von Evonik. Wir liefern die versteckten Additive, die in sehr vielen Bereichen von Endprodukten enthalten sind. Das ist das Geheimnis von Evonik. Bis zum nächsten Mal.